Rundfunk Das ist ein ganzes Name, das ist ein Kastradal für den nächsten Monat oder wegen einer Konfrontation hineinkommen. Es macht Sinn, in unserer Einsatzgebiet, mit unserer Topografie, ist das Notarzt-Einsatzfahrzeug, was wir jetzt hier haben, der Marke Tesla, auf jeden Fall das Fahrzeug, was für den Bereich einsetzbar ist. Wenn man eine andere Topografie hat oder einen anderen Rettungsdienst, dann kann es möglich sein, dass so ein Fahrzeug nicht passt. Wir haben schon drei Folgeeinsätze gehabt und es war immer genug Strom vorhanden. Man muss sehen, in einem Radius bis 70 km pro Einsatz ist das durchaus noch im Toleranzbereich. Man könnte auch vier oder fünf Einsätze fahren und kann dann über eine Schnellladestation immer wieder nachtanken. Tesla Schweiz hat die Preise nochmals gesenkt und ist im Vergleich zu anderen Herstellern deutlich günstiger. Das ist ein Irrglaube. Tesla wäre eine Luxusmarke, aber das ist definitiv nicht der Fall. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017